Herzlich willkommen bei einer neuen Folge MyFishTV. Mein Name ist Tobias Gawusch und ich begleite dich heute durch dieses Video, in dem es um das Thema Pflanzen geht. Und zwar ganz konkret, wie man Pflanzen, je nachdem in welcher Form man sie im Land kauft, richtig vorbereitet, um sie danach möglichst gesund und halt auch möglichst schnell anwachsend ins Aquarium zu pflanzen. Und zu diesem Zweck müssen wir uns natürlich zuerst einmal anschauen, in welcher Form könnt ihr denn Pflanzen im Aquarium überhaupt kaufen. Und das sind tatsächlich diese drei Sachen, die ich hier liegen habe. Zu der Gab kommen wir später. Wir wollen die nicht essen, aber die Gabel erfüllt noch einen sehr wichtigen Zweck. Wir fangen mal bei der einfachsten Darreichungsform an. Tatsächlich ist es so, dass sie so ein bisschen auf dem Rückmarsch ist. Das heißt, in den meisten Zoolläden, in den meisten Aquaristikfachgeschäften findest du diese Darreichungsform nicht mehr so häufig. Sie wird immer seltener, aber trotzdem hat sie durchaus ihre Daseinsberechtigung. Und das ist die sogenannte Bundpflanze. Du bekommst nämlich einfach das, was der Name sagt, ein Bund einer Pflanze. Der ist jetzt in diesem Fall unten mit so einem kleinen Metallring zusammengebunden. Den kann ich einfach aufbiegen. Genau, den kann ich einfach aufbiegen. Da ist so ein bisschen Steinwolle mit drin, damit die Pflanze da besser hält und die Wurzeln da durchwachsen können. Und dann kann man das einfach abnehmen. So. Und jetzt habe ich hier meine Pflanzen. Diese Darreichungsform wird eigentlich nur für Stängelpflanzen angewendet. Denn wie du siehst, du brauchst natürlich halt Pflanzenmasse, um die du halt diesen Ring drum setzen kannst. Manchmal ist das auch nicht so ein Metallring, sondern manchmal ist das auch so ein Keramikring, wo die Pflanzen sozusagen reingesteckt werden. Manchmal, das habe ich auch schon gesehen, werden sie einfach mit Kabelbindern zusammengehalten. Das geht also alles und ist für die meisten Stängelpflanzen auch überhaupt kein Problem, weil die nicht zwangsläufig im Boden stecken müssen, um halt im Aquarium einigermaßen weiterzuleben. Dieses Bündel lebt auch schon relativ lange in der Pflanzenanlage und ist deshalb schon ganz gut gewachsen und hat sie auch schon auf das Submersewachstum umgestellt. Das heißt, diese Pflanze könnte jetzt so direkt natürlich eingepflanzt werden. Je nachdem, welche Pflanze du hast, lohnt es sich manchmal, die Wurzeln zu kürzen. Wurzeln kürzen ist generell etwas, was vielen Pflanzen sehr gut tut, bevor man sie einpflanzt. Hier an dieser Stelle kann man das doch ein bisschen besser sehen. Hier sind zum Teil schon sehr lange Wurzeln dran. Und gerade wenn du jetzt diese Pflanze, es handelt sich hier übrigens um Hygrophila pinatifida, den fiederspaltigen Wasserfreund, wenn du die jetzt so einpflanzen wollen würdest, dann wäre das mit den Wurzeln, mit den langen Wurzeln hier natürlich ein bisschen ein Problem. Konkret bei dieser Pflanze ist es so, du könntest sie sogar als Aufsitzerpflanze verwenden. Das heißt, sie muss gar nicht unbedingt in den Boden. Aber nehmen wir mal an, dass da irgendeine andere Stängelpflanze und sie hätte schon so lange Wurzeln, dann würde ich dir empfehlen, die mit einer Schere zu kürzen oder aber einfach abzureißen. Und zwar auf so zwei, drei Zentimeter, das reicht völlig. Und damit kannst du die Pflanze dann jetzt einpflanzen ins Aquarium. Das sorgt nämlich dafür, dass schneller neue Wurzeln gebildet werden, weil ja jetzt sozusagen eine Beschädigung an den Wurzeln stattfand. Und deshalb mehr Energie in das Wachstum von neuen Wurzeln gesteckt wird. Und das sorgt dafür, dass die Pflanze schneller anwächst. Und das wollen wir natürlich, damit sie nicht aus Versehen dann aus dem Aquarium wieder hochtreibt. Das ist also die erste Darreichungsform und die erste Art, wie du deine Pflanzen vorbereiten solltest. Was du natürlich auch machen solltest, das ist jetzt bei diesem Büschel recht eindeutig, das ist bei anderen vielleicht nicht ganz so klar. Du solltest so ein Büschel natürlich auseinandernehmen in möglichst viele Einzelpflanzen. Und diese Einzelpflanzen auch alle einzeln einpflanzen. Denn dadurch erreichst du natürlich den Effekt, dass es nach viel mehr Pflanzenmasse aussieht, weil das Ganze halt über ein breiteres Gebiet gestreut ist. Und es wirkt auch sehr schnell sehr viel buschiger, wenn du die Pflanze dann beispielsweise zum ersten Mal zurückschneidest. Die zweite und wahrscheinlich am weitesten verbreitetste Darreichungsform ist die Topfpflanze. Das sieht dann so aus. Und hier in diesem Fall habe ich eine Krypto-Grüne Albida Brown. Die kommt dann mit so einem netten kleinen Schildchen, wo man direkt weiß, um was für eine Pflanze es sich handelt und wie schwierig sie ist, in so einem Kunststofftöpfchen. Und jetzt kann ich sie hier rausnehmen. Und dann habe ich ein Bündel Steinwolle in der Hand. Und was du auf jeden Fall machen solltest, bevor du die Pflanze einpflanzt, ist diese Steinwolle komplett zu entfernen. Denn die hat im Aquarium eigentlich nichts verloren. Sie ist nicht in dem Sinne schädlich. Aber je nachdem, wo die Pflanze herkommt, je nachdem aus welchem Laden, je nachdem aus welcher Pflanzenanlage, sammeln sich in dieser Steinwolle natürlich Düngerückstände an. Und eventuell sind das welche, die du nicht in deinem Aquarium haben willst. Da du nicht genau weißt, was da drin ist, ist es natürlich am sinnvollsten, das komplett zu entfernen. Es gibt tatsächlich eine Ausnahme, die ich dir trotzdem mit auf den Weg geben möchte, wenn du sehr, sehr, sehr kleine Bodendecker als Topfpflanze kaufst. Dann macht es da manchmal Sinn, so 5 mm von der Steinwolle an den Wurzeln dran zu lassen. Denn damit können sich die Pflanzen tatsächlich leichter im Bodengrund verankern und sie treiben die nicht sofort wieder auf. Bei Pflanzen wird so eine Kryptokorüne, die ja eh ein sehr kräftiges Wurzelwerk ausbildet, ist das aber völlig wurscht. Und da sollte die Steinwolle auf jeden Fall komplett ab. Du siehst schon, meistens sind das so zwei Hälften. Meistens kannst du diese Steinwolle so auseinanderziehen und kommst so relativ gut tatsächlich an den Inhalt ran. Machen wir diese Seite auch nochmal. Die sieht schon recht gut aus, da ist sie jetzt auch so ein bisschen dran. Und jetzt der Trick, dafür ist nämlich die Gabel da. Um Steinwollereste von Pflanzen runterzukratzen, ist so eine alte Gabel das beste Werkzeug, was ich bisher gefunden habe. Weil da gehst du zwei, drei Mal mit den Zinken der Gabel durch und dann ist die Pflanze einpflanzbereit. Dann ist sie fertig. Und das ist einfach deutlich schneller als sogar mit jeder Pinzette. Viele Leute machen das mit einer Pinzette. Ich muss sagen, ich finde die Methode mit der Gabel sehr viel effizienter und dann hat man die Pflanze ebenfalls so vorbereitet. Auch hier gilt, gerade bei so einer Kryptokorino, du siehst, du kannst da relativ gut Einzelpflanzen rausbilden. Auch das hier könntest du einzeln einpflanzen. Und hier kommen locker auch nochmal zwei bis drei einzelne Pflanzen raus. Ja, sogar vier. Ja, vielleicht sogar fünf. Ja, fünf. Und die solltest du, also selbst wenn du es als Busch pflanzen willst, pflanzt die trotzdem einzeln ein mit so einem Zentimeter Abstand. Das macht das Ganze einfach sehr viel effizienter beim Zusammenwachsen später im Aquarium. Und jetzt die dritte Darreichungsform und mein persönlicher Liebling. Das ist nämlich die In-vitro-Pflanze. Die kommt in diesen verschlossenen Becherchen. Und das hat einen ganz speziellen Grund. Diese beiden Pflanzenarten wachsen in einer Pflanzenanlage unter Wasser in einer Art Aquarium. Das bedeutet auch, und das kann man hier an einigen Blättern tatsächlich sehen, dass diese Pflanzen auch beispielsweise Algen enthalten können. An dieser Stelle. Sieht man recht deutlich. Es kann auch sein, das sehe ich jetzt an diesen hier konkret nicht, aber es könnte durchaus sein, dass diese Pflanzen Schnecken enthalten. Dass diese Pflanzen Planarien enthalten. Dass diese Pflanzen, was weiß ich nicht, was sonst noch enthalten. Kannst du ja alles nicht hundertprozentig ausschließen. Das meiste davon ist nicht schlimm. Also es ist nicht so, dass wenn jetzt du hier eine Pflanze einpflanzt, auf deren Blätter sich Algen angesiedelt haben, dass diese Algen sich automatisch in deinem Aquarium ausbreiten. Das ist ja nicht der Fall. Das kommt ja konkret auf die Lebensbedingungen, auf die Nährstoffwerte in deinem Aquarium an. Weil genauso gut können sich die Algen einfach zurückbilden. Das ist ja erstmal nicht das große Problem. Trotzdem, vielleicht will man das nicht haben. Und da ist tatsächlich die In-vitro-Pflanze der Weg, den man gehen sollte. Denn diese Pflanzen in diesen verschlossenen Bechern sind steril. Das heißt, sie sind zu 100% frei von Schadstoffen, Schnecken, Planarien, Algen, allem drum und dran. Da ist nichts dran. Diese Pflanzen werden nämlich im Labor geklont. Das ist immer das gleiche genetische Material. Und dadurch, dass sie halt im Labor auf Nährmedien gezogen werden, sind sie halt wirklich komplett steril. Und das bringt einige Vorteile mit sich, muss man sagen. Es bringt allerdings auch den Nachteil mit sich. Und das kann man jetzt hier auch schon recht eindeutig sehen. Auch diese Pflanze gibt es als In-vitro-Pflanze. Und zwar dann in so einem Becher. Jetzt habe ich natürlich hier bereits sehr viel mehr und sehr viel größere Pflanze als hier. Das ist tatsächlich der Nachteil, den man mit In-vitros in Kauf nimmt. Die Pflanzen, die man bekommt, sind in der Regel kleiner. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass sie sind zwar kleiner, aber weil sie kleiner sind, passen natürlich auch mehr Einzelpflanzen in so ein Pöttchen rein. Das heißt, wenn ich diese Pflanze, die Hygrophila pinnatifida, als In-vitro hätte, dann wäre, wenn ich die In-vitro einpflanze und sie irgendwann genauso groß ist wie dieses Bündel, was ich hier hätte, hätte ich durch den In-vitro-Tropf insgesamt mehr Pflanzenmasse bekommen. Weil nämlich mehr kleine Pflanzen da drin sind. Das darf man also nicht unterschätzen. Hierbei ist es so, es gibt zwei verschiedene Methoden, wie so eine In-vitro-Pflanze mittlerweile dargereicht wird. Das ist die, meiner Meinung nach, angenehmere Methode. Denn ihr könnt schon sehen, wenn ich das auf den Kopf stelle, da ist einfach nur eine Flüssigkeit drin. Und das bedeutet, das Vorbereiten ist super, super easy. Ich mache den Becher auf, nehme die Pflanze raus und quetsche sie vielleicht nochmal so ein bisschen aus, dass diese Flüssigkeit da rausgeht und fertig. Und das war's. Es gibt die In-vitros allerdings auch, und gerade bei Moosen wird das immer noch häufig gemacht, dass es sich hier nicht um ein flüssiges Nährmedium handelt, sondern um ein gelförmiges Nährmedium. Diese Nährmedien sind vor allem Zuckerlösungen, die einfach als Energielieferern für die Pflanzen dienen. Diese Nährmedien sollten nicht unbedingt ins Aquarium gelangen, weil so eine Zuckerlösung ist halt echt krass nährstoffreich für so Pflanzen. Und das kann einfach dafür sorgen, dass durch das Einbringen dieser Nährlösung doch man Gefahr läuft, sich Algen ins Becken zu holen, weil einfach ein starker Nährstoffüberschuss in dem Moment da ist. Bei den In-vitros gilt das Gleiche wie bei allen anderen Netz auch. Ihr bekommt diesen Blob hier zusammenhängt und den könnt ihr jetzt natürlich in diverseste Einzelpflanzen auseinanderrupfen und solltet das auch tun. Und da könnt ihr nämlich schon sehen, dass hier einfach massenmäßig, was Einzelpflanzen angeht, wirklich einiges am Start ist. Das war jetzt, glaube ich, die siebte 8, 9, 10, 11, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 19, 20 und so weiter. Also auf 25 bis 30 Einzelpflanzen kommen wir locker und das natürlich weit mehr als in so einem Topf oder in so einem Bund drin wäre. Die Invitros sind meistens auch 1-2 Euro teurer, muss man dafür auch sagen, aber wie gesagt, meiner Meinung nach die zu bevorzugende Variante. Aber es kann natürlich auch durchaus sein, dass es für dich wichtiger ist, in einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Stand des Aquariums, lieber bereits von vornherein sehr große, kräftige Pflanzen zu bekommen, als halt sehr kleine, die erst wirklich anwachsen müssen. Aber so bereitest du deine Pflanzen, je nachdem wie du sie gekauft hast, darauf vor, ins Aquarium eingepflanzt zu werden. Und damit erreichst du auch das beste Wuchsergebnis. Also ganz, ganz wichtig ist, die Pflanzen immer auseinander zu zuppeln und immer möglichst viele Einzelpflanzen zu pflanzen. Und niemals so einen Block aus so einem Invitro-Topf zu nehmen und versuchen, den so einzupflanzen. Das wird nichts. Es dauert ewig, bis die Pflanzen anwachsen. Es dauert ewig, bis sie sich ausgebreitet haben. Viel, viel sinnvoller ist es, das Ganze mit einem bisschen Abstand, 1-2 cm zueinander, als Einzelpflanze zu pflanzen. Und du siehst ja auch jetzt schon, wenn ich das nur hier auf dem Tablett ausbreite, wie viel größer das dann automatisch wird. So erreichst du auf jeden Fall das beste Anwachsen deiner Pflanzen im Aquarium und stellst die besten Voraussetzungen dafür, dass es der Pflanze dann noch später gut geht. So ich würde mich daran irgendwie sagen, ob ich die Pflanze nicht loswerbssempferenzierende. So ich würde mich anwachsen. So ich würde mich anwachsen, anwachsenen, bis zum Beispiel. So ich würde mich anwachsenen, bis zum Beispiel für die Pflanze. So ich würde mich anwachsen. So ich würde mich anwachsenen, bis zum Beispiel für die Handel. Und du weißt, was ich das mal, was ich mich für heute? Vielen Dank.